Die RMV-Versicherung ist der größte Versicherer im Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Gemeinsam mit den Banken erarbeiten unsere Firmenkundenberater passgenaue Deckungskonzepte für Sachwerte im Unternehmen, aber auch Vorsorgekonzepte für den Unternehmer selbst und seine Angestellten. In der Regel fahre ich zum Kunden raus. Ich habe jährlich ca. mit 200 Kunden zu tun. Am meisten Spaß macht natürlich definitiv der Kontakt zum Menschen, die Vielfältigkeit der Kunden. Sie arbeiten im genossenschaftlichen Verbund. Ich denke, man sollte offen sein, teamfähig, da wir unsere Kunden nicht alleine beraten, sondern immer mit einem Kollegen zusammen, mit dem Banker. Ehrlichkeit, Herzlichkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Wir haben eine sehr ländliche Region, wo man trotzdem einen hohen Freizeitfaktor hat, in dem man ganz viele Dinge unternehmen kann. Wir haben einen sehr sozialen Arbeitgeber, also alles ist möglich. Wenn Sie sich beruflich verändern möchten, Spaß an anspruchsvollen Beratungen haben und Teil unseres Teams werden möchten, dann bewerben Sie sich jetzt als Firmenkundenberater. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.